Gut, gut. Hey zusammen, ich weiss, dass während ich schon viel sage und so. Ich hoffe, es ist auch okay. Aber jetzt wollte ich drei Sekunden nehmen, um etwas ganz ganz ehrlich zu sagen. Es kommt von meinem Herzen zu euch. Ich kann euch alle Personen, die hier heute Abend sind, whatever der Grund, ich möchte euch vom Herzen bedanken, dass ihr ein Mittwochabend für mich genommen habt. Dass ihr eure Zeit genommen habt, um uns zu sehen, hier heute Abend in Volkshoch Zürich. Und ja, das ist so unglaublich, dass wir acht Jahre nach ersten Abend hier sind und dass wir noch für euch können spielen. Also, merci, merci vielmals für die Unterstützung. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017